Hast du gerne Kaffee und Computer, dann komm mit. Aber Kaffee trinken ist sekundär. Am Anfang der Lehre schaffst du im Kundensupport und wirst interne Angelegenheiten betreuen. Böder wirst du im Bereich Netzwerke, Infrastruktur und Sicherheit eingesetzt. Sehr gut gefällt mir hier, dass es sehr abwechslungsreich ist, weil die Franke sehr viele Bereiche abdeckt. Da die Franke international tätig ist, hat man die Möglichkeit nach der Lehre ein Jahr im Ausland arbeiten. Als Informatiker solltest du teamfähig sein. Gute Fähigkeiten in Mathematik haben, Interesse an Technik und den Willen haben Neues zu lernen. Wenn es dir gefallen hat, bewirkt euch doch jetzt bei der Franke. Birgit Fähigkeiten in Fuckballs! EILL Untertitelung des ZDF, 2020